Willkommen zu einer Folge Minecraft PvP zusammen mit Hannibal, die Fortsetzung unserer PvP-Serie Folge 2, Johnny ist im Urlaub und deswegen muss Hannibal jetzt aushelfen, ist auch unser erster Aufnahmeversuch, auf jeden Fall, wir sind einfach gut. Und meine Facecam ist wieder nicht an, geil, egal, das ist jetzt egal, also eigentlich sollte jetzt meine Facecam ansehen. Aufnahmen fehlen, hast du Ahnung, ne? Ich hab mal vorschlagen, halt dich geschlossen, wie wär's damit? Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was denn? Fuck, ich war schon mal den in der Base drin, ich stand schon drin, das ist so einfach. Ich schau auf mein Handy und du Bastard greifst mich an, ehrenloser. Ja, woher soll er das wissen, ist die Frage. Ja, die sind schon mal einer mehr als wir, ne? Das ist schon mal genau. Ach, der hat, ja, 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 nein, er hackt gar nicht, nee, äh, äh, alles gut, er hackt null, richtig übel. Ich hackt auch null, ich würde sowas auch niemals tun. Komm, du hältst dein Maul. Ich schneid mich, das weißt du, ne? Ja. Also, das ist wahrscheinlich nicht. Aber ich sag mal so, warum soll ich hacken? Also, ich schneid schon, aber ich glaub, das würde ich schon mal, also, das würde ich schon mal so prä-Intro. Ach so. So, so, Hannibal hackt. Call! Call ist Call! Ja, genau so. Jetzt hast du mir auch gerade schon einen schönen Klicklein folgenden Titel beschwert. Äh, alles gut. Und Glück hänge ich nicht, ja? Ups. Diamantpanzer. Ja! Richtig übel! Du kannst sie gar nicht erreichen, weil er schlägt die schon vorher. Hey, das ist unglaublich. Der Karte runtergesprungen. Oh, lol, nein, 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 nein. Yo, yo, yo! Ich konnte ihn nicht mal schlagen, weil er so einen harten Rückschuss hatte. Was ist das denn für ein Scheiß? Guck, jetzt, doch, jetzt geht's. Ja, gut, weil wir zu zweit sind. Nö! Er schweißt mich einfach runter. Nein. Dankeschön, Tricks. Und du meintest, bleib in deinem Kippen-Kippen-Kammer. Scheiß drauf, komm, scheiß drauf. Ich fick euch einfach. Jetzt fick ich dich. Nee, wir holen erst die anderen, okay? Erst die anderen und dann machen wir so viel. Nö, dich fick ich anal. Okay, dann werden wir ja sehen. So, wie du's magst. Mhm. Das werden wir ja sehen. Was willst du, was willst du tun, ha? Doch, ich sag dir, klingelt das Telefon, da bist du blöd bei. Ist mir jetzt egal, ich nehm grad auf. Ich brauch nicht dran gehen. Bin zwar deiner zu Hause, aber scheiß drauf. Oh, und ich hab so einen Idioten in meinem Team, der nichts kann, ne? Ach, dich selber hast du ein Team, oder was? Nailed it. Ja, er rennt halt einfach komplett durch. Ey, der ist doch... Der... Nein! Du fickst dich nicht! Du fickst mich nicht! Hä, ich fick doch doch gar niemanden, hä? Du bist doch auch gar nicht gemeint gewesen. Oh, da kommt der nächste zu Kapel. Ich kann das nicht. Ich kann kein Russisch. Ich bin kein geborener Russe. Wie, ihr habt mich... Ich hab blöd heute, ich sag dir, ich mach heute die nächste Tastatur kaputt. Äh, lol? Ich wurde teleportiert einfach zurück, lol? Ja, Hacker halt, ne? Okay. Bin grad einfach zurück teleportiert worden. Geh. Richtig so. Und nennst deinen Titel immer noch Hannibal, der Hacker, oder was? Ne? Dope, ob. Dafür gibt's einen Dislike. Jungs, alle Disliken. Das schneid ich einfach raus. Ne, ne, ne. Was ist los? Ich stand grad nicht in dir, als du beim Shoppen warst. Nein. 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 Das hat dir nur den One-Tap gegeben. Ich war grad nicht in dir drin. Das sieht so aus. That's what she said. Ha, du Opfer! Du Opfer! Du, wie geil! Richtig der Anna gefickte Boy. Du Opferkind. Wär es auch der Meinung, dass Tricks gerne in den Arsch gefickt wird? Ich schneid das sowieso raus, du Opfer, haha. Nur Lubschneiden, Sachen raus. Habt du etwa Angst? Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Du musst Angst haben, du Muschi-Junge. Zuckerblei. Ach, fick dich doch! Ja! Meine Güte! Es kann doch nix mal funktionieren, was ich vorhab, ne? Nix mal. Muss immer schief gehen. Ach, komm, halt dein Maul. Unglaublich. Mein einzigstes Ziel ist es, dich zu ficken, ne? Heute bist du aber wieder putzig, mein Kleiner. Och, halt dein Maul! Wut, wut, wut! Putzier mich nicht, ey. Also, Jungs, wer Tricks auch süß findet, schreibt es in die Kommentare. Das ist schon so ein süßer kleiner Boy. Ich hab gesagt, du hast die Fresse halten. Ja, ja. Ich bin grad wieder aggro. Ja, Tricksie. Ist auch egal. Äh, äh, äh. Da kommt halt so einer und will das ficken. Ja, wir einfach... Der bei dir im Team wieder, ne? Und ich hatte 16 Gold! Meine Güte! Ich find immer so witzig. Und jetzt kommen noch zwei. Ja, ist in Ordnung. Äh, äh. Ist in Ordnung. Ja, komm, fick dich doch, Kaninchen, irgendwas. Ach, kann ich jüttern. Kann ich jüttern. Komm, ey, jetzt warte. Nein! Och, Mann! So eine Scheiße. Ich bin raus, äh, äh. Tricks ist raus, Jungs, Tricks ist raus. Halt im Maul und sterb. Ich bin kein Sturm. Ja, ich seh's. Ich muss dich erst bei Taten. Don't be mad. Don't be mad, bro. Kannst du mal deine Presse halten, bitte? Oh, Tricksie, net so sein. Hab doch nie. Mann. Sterb und sei ruhig, ja? Ja, ja, Tricksie. Hört ihr, Jungs. Pray for Tricks. Pray for Tricks. Oh, Leute, wir haben gewonnen und ich hab nicht mal was gemacht. Ja, GG. Ey, hast du null... Als ob... Du Ficker, Alter. Du Ficker. Hast du null verdient, ne? Du hast einfach nix gemacht. So, das sind wir in der nächsten und letzten Runde. Und diesmal sind wir auch in einem Team. Team Blau. Ja. Und ich hab direkt ein Set. Zap. Ja, bau dich da rüber, los. Ja, ich... Gib mir noch eben die Sachen hier. Nee, du darfst es nicht. Hör auf, Kevin. Oh, kannst du... Komm. Der Marvin. Hetero-TV ist gestorben. Na dann. Der heißt nicht wirklich Hetero-TV, oder? Doch, der heißt Hetero-TV. Warum leben wir noch auf dieser Welt, Ricks? Kannst du mir das erklären? Oh, ich kämpfe gerade gegen Hetero-TV. Ich komme, Bro. Oh Gott, er hat Hetero-TV gefickt. Und ich fick jetzt auch noch deren Stein. Leih, er fickt mich. Was ist das? Ah, man, ah, man, so kapiert, nachkapiert. Ich hab die falsche Spitzhacke zum Abbau eines Steines. Oh. Ich komme mir leicht verarscht vor. Ich stehe in deren Base drin, ne? Should I say GG? Yeah, I should be say GG. What's your loser? Warte, ich komm sofort. Kommst du mal jetzt so langsam? Die ficken mich, weil ich halt nix habe. Meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Fuck. Fuck. Ich werd von einer Loser gefickt, oder was? Hello? Ich kann die nicht hittern, was ist das? Ja, wie, ich keine Blöcke... Sind wir Team Grün, ne, oder? Ja, noch. Ne, wir sind Team Lila. Hab ich zumindest. Ich bin tot. Amina, was war das? Keine Ahnung, auf jeden Fall müssen wir unseren Block mal zubauen. Ich hatte einfach... Ich konnte das nicht abbauen, weil ich die falsche Spitzhacke hatte. Das ist so eine Verarsche. Wenn mal einmal was funktionieren würde, ne? Einmal. Dann wär alles super. Funktioniert doch fast immer was, ne? Jetzt haben wir aber nicht so pädophil... Ich glaub, da kommt wer zu uns. Äh, wir sind noch weit weg. Wir haben, glaub, nicht so Bock. Warte, wir laufen gleich... Wir gehen gleich zusammen. Da ist ein Roter. Sie sind noch weit weg. Hat der AIDS? W-wam kommt denn der jetzt hierher ohne meine Erlaubnis, Mann? Äh, lasst ihn rot ficken. Die sind grad beide, äh... Oder der eine ist grad drüben bei... Bei den anderen. Ja, ist einer an der Base. Das ist gut. Bist du hinter mir? Nö, aber ich komm jetzt. Ich bin heut mal langsam. Ich bin heut... Barry die Schnecke. Nö, lass mich. Ich darf das. Doch, renn doch nicht da lang, Mann. Der kickt dich doch runter. Okay. Ich geh mich verkraben. Na, alles muss man selber machen. Alles muss man selber machen. Kannst du diesmal auch abbauen? Ich hab das doch abgebaut. Oh, der Loser hat mal was abgebaut. Spray for Tricks, Jungs. Spray for Tricks. Juhu. Holle. Gabe kommt bei uns. Hetero TV. Hetero TV. Den würdest du ja wohl klatschen können, oder? Ja, aber ich hab kein... Ich hab keine Spitzsack und kann mich nicht wieder zurückbauen. Warte doch. Ich kann... Ich schaff das. Ich schaff das. Ach, wir haben schon gewonnen. Ich hab grad 28 Gold geholt. Die wollen mich doch verarschen. Lexi, komm her. Was soll das denn? Hallo. Hm, hm, hm. Ha. Wir sind zurück. In der nächsten Runde. Nein, ich hab nichts getrunken. Das halte sich nur so an. In der nächsten und letzten Runde. Ja, ey, guck mal, wie er sich in die Mitte baut. Guck dir das mal an. Und sowas macht er hobbymäßig, ne? Das... Davon... Davon lebt er. Das macht er... Das macht er den ganzen Tag. Aber wenn der dich heidt, weiß ich ja nicht. Nein, nein. Das ist eine Technik. Das kann man auch. Ich konnte das auch mal, aber ich kann das nicht mehr. Das ist halt... Vermutlich ist es so ein fettes Kleinkraftkind, wo er nichts Besseres macht. Genau, genau, genau. Davon rede ich. Das ist halt so... Du gehst und du entsneakst dich so während du gehst. So ganz, ganz kurz immer nur. Und du musst halt diese Abstände und sowas genau... drin haben. Das musst du dann richtig lange üben. Und irgendwann kannst du das so wie er. Also... Du hättest Minecraftkind, das keine andere Hobbys hat. Ja, genau. So ungefähr. Da hast du Gold, sonst würdest du mal eben mein Gold hier geben. Ich hab hier noch ein Gold. Ich hab drei Gold. Ja, dann nimm das mal. Ach, da ist ein... Da ist ein... Drück, 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 drück. Ich bin mir im Blau halt am Auge jetzt. Wo ist... Wo ist das... Wo ist das... Das Dings? Weiß ich nicht. Ach, hier sind richtig viele. Hier sind ganz, 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 ganz viele. Fuck. Ich will den... Ich will das abbauen. Ja! Ich hab noch irgendwie einen getötet. Der war grad am abbauen von... Von deren... Äh... Oh, ich hab mich grad gesaved. Ich bin ins Wasser runtergeflogen und hab's trotzdem immer auch überlebt. Aber close. Er hat halt ein Schwert und rennt von mir weg, ne? Und rennt jetzt wieder an seine Base zurück. Dix, siehst du nicht, wo ich... Äh, wo ich bin? Ja, warte. Ich jag den gerade. Ach, er hat mich echt noch geholt. Fuck. Naja, egal. Ey, das war ja so geil jetzt. Das hast du sehen müssen. Naja, nicht egal, aber der kann sich jetzt schön Gold zu ankaufen. Nee, er hat ja kein Gold bekommen. Gott, auch er hat. Na, du tötest ihn doch grad sowieso. Easy. Do what we made. Ich brauch ein Gold mehr. Bring mir mal ein Gold, bitte. Nee, ich geh grad zu Grün. Rot kommt, Rot kommt Mitte. Rot kommt Mitte. Ich bin bei Grün. Versteh's doch. Und er hat mich weggekommen, bot. Und ich bin auch... Ich bin tot. Not down. Äh, da kommt er runter, kommt er runter, kommt er runter, kommt er brut. Ich hab einen Roten runter, bin aber selber... Da kommt noch ein Roter. Schlag den seitlich, dass der... Ach, der baut sich... Och, nee. Ah, du bist ausgerüstet, okay. Ja, ja, ich hab... Stell dich da oben rein und sneak ihn, damit er nicht weiß, dass du da bist. Fuck, ich hab ihn nicht runterbekommen, aber... Vorsicht, er ist halt oben drin, er ist da oben drin. Er kommt. Hat er nicht geklatscht? Nee. Hä, warum hast du nicht gequältet? Der hat unseren Block irgendwie noch bekommen, Leute. Ja, klar. Ich bin auch tot, ich bin raus. Hä, Leute, aber... Was machst du denn? Keine Ahnung, ich war ganz oben getaut und hab meine Base gechillt. Lass mich. Okay, äh, es lebt noch ein, äh, grün und rot lebt noch. Äh, grün wird jetzt sterben. Hä? Oh, geil. Äh, du hast grad Potions geworfen, ne? Ich stand als Spekteller neben dir. Ich hab die Effekte auch bekommen. Obwohl, nee, hab ich gar nicht. Aber füllt es an. Okay. Äh, grün hackübel rein. Ich war schritte rot rüber. Ja, die sind auch beide bei grün. Du kannst die jetzt beide übel holen. Die merken das auch nicht. Weil die haben halt grad Probleme mit dem grünen. Ja, Leute, wie kann ich den Block abbauen? Äh, nicht mit einer Holzspitzsacke. Wie dann? Mit einer Steinsspitzsacke. Ich hab nicht bei Steinsspitzsacke. Ja, dann geh jetzt da hin. Schnell. Ja, ich hab doch da grad dauerhaft draufgehauen. Nee, äh, gedrückt halt nicht draufhauen. Ja, hau ich doch. Lol, warum kannst du den nicht abbauen? Doch, jetzt ging's. Doch, 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 geht, 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 geht. So. So, jetzt sind nur noch die beiden, äh... Nee, warte mal, lebt der Grüne noch? Nein, es sind nur noch zwei Rote. Und die haben Gold. Also der eine hat Gold. Der eine ist grad in der Mitte und der andere ist in der Base von Grün. Äh, du musst dich beeilen, ne? Die sammeln richtig viel Gold ein. Aber in der Mitte liegt noch ein bisschen was. Du kannst es ja noch holen. Wenn du ja schnell in die Mitte gehen würdest... Ach, gehst du schon, okay. Ein bisschen was ist da, das kannst... Kannst dich bissen doch bei... Der eine hat Diamantbrust. Die haben beide Diamant, oder? Nee, der eine hat Diamantbrustpanzer. Also, du kannst jetzt nur da warten. Pass auf, wegen Enderperlen. Ja, warte, 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 warte. Das bringt nichts, was du da machst. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Zeit, nicht runterkicken. Ja, okay. Ach, fuck. Der hat halt mehr Schaden gemacht. Fuck. Egal. Egal. Naja. Dann würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt gerne beim, äh, Hannibal vorbeigucken. Und könnt uns gerne bei der Cosmos abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.